Ja, es war ein Spiel auf einem sehr hohen Niveau. Die erste Halbzeit war Hilal Sport klar am Vorteil. In der zweiten Halbzeit machen wir das 1-0, müssen eigentlich noch zwei, drei, vier nachlegen. Haben am Ende trotzdem noch ein bisschen Glück in der Nachspielzeit, dass es nicht das 1-1 fällt, aber alles in allem, großer Platz, guter Gegner, hat das meine Mannschaft heute schon sehr, sehr stark gemacht. Ich habe Ihnen im zweiten Halbzeit das gesagt, was ich in der ersten Halbzeit sehen wollte und zwar, dass wir Fußball spielen, dass wir uns mal trauen, noch mal ein bisschen was zu machen, dass der Gegner natürlich Fußball spielen wird, das hat er auch gemacht. Ich habe Ihnen gesagt, Jungs, heute ist alles drin, wir haben 45 Minuten Zeit, machen wir ein Tor, garantiere ich, dass der Gegner aufmacht, dann werden wir zu unseren Chancen kommen. So ist es gekommen. Wir haben leider nicht nachlegen können. Mit viel Arbeit. Die Jungs arbeiten gut, die Bedingungen sind besser geworden, unser Rasenplatz ist endlich auf einem guten Stand, das heißt, wir können auch gut trainieren. Wir müssen jetzt von Woche zu Woche gucken. Wir haben jetzt ein gutes Polster im Vergleich zu Hilal Sport, allerdings ist Gato noch da. Ich weiß nicht, was Novi gemacht hat oder was sie jetzt noch machen, die spielen ja noch. Wir gucken auf uns. Wir müssen den nächsten Gegner schlagen und den Gegner danach und den Gegner danach und dann steigen wir auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.